Die Detmolder Musikhochschule hat ja auch international einen hervorragenden Rufwunsch und viele bekannte Musiker hervorgebracht. Zurzeit macht eine junge Geigenspielerin aus Aserbaidschan auf sich aufmerksam. Farida Rustamova ist bereits mehrfach preisgekrönt und steht parallel zu ihrem Studium in Detmold auch bundesweit regelmäßig auf der Bühne. Das ist Farida Rustamova. Seit fünf Jahren studiert die 24-Jährige an der Musikhochschule Detmold. Schon früh hat die junge Frau aus Aserbaidschan mit der Musik angefangen. Das erste Mal, als ich mit Orchester gespielt habe, da war ich sechs Jahre alt und das war ein sehr schönes Erlebnis. Aber ich muss sagen, so richtig habe ich das auch nicht realisiert, in dem Sinne, die Aufregung war gar nicht da. Ich kam einfach auf die Bühne als kleines Mädchen, habe meine Geige genommen und dann habe ich einfach losgespielt. Die Unbefangenheit auf der Bühne scheint in der Familie zu liegen. Denn dort wird schon seit drei Generationen Musik gemacht. Großvater Saeed Rustamova war ein sehr bekannter Komponist und Musiker. Farida selbst wusste schon früh, dass sie in Deutschland studieren wollte. Dass sie nach Detmold gekommen ist, findet sie heute gut. Ich kann sicher sagen, dass Detmold für mich zu meiner zweiten Heimat geworden ist. Ich liebe diese Stadt sehr. Es gibt viele Meinungen und zwar, natürlich ist die Stadt viel kleiner als im Vergleich zu Berlin oder anderen großen Städten. Aber ich finde, sie hat ihren Charme und das ist sehr familiär hier. Nicht nur die Musik hält sie in Detmold, sondern auch Freunde, die sie hier gefunden hat. Mit ihnen trifft sie sich regelmäßig in der Stadt. Klar, dass es dabei auch um ihr Lieblingsthema geht, die Musik. Die Geige von Farida Rustamova ist sage und schreibe knapp 300 Jahre alt. Sie ist ein Vermögen wert. Farida Rustamova spielt sie im Solo, Duo oder wie hier mit der Jungphilharmonie OWL. Und für uns spielt sie ihre Geige auch ausnahmsweise in der freien Natur. Ganz der Musik von Sibelius entsprechend. Ich bin natürlich eine klassische Musikerin, aber ich mag auch andere Musikrichtungen gerne, höre ich in meiner Freizeit. Wie zum Beispiel Queen oder den Sänger Stink. Mag ich sehr gerne. Bisher verlief die musikalische Laufbahn von Farida Rustamova sehr erfolgreich. Bachelor- und Masterstudium mit Note 1,0 und Auszeichnung abgeschlossen und jetzt Masterstudium der Kammermusik in Detmold. Trotzdem, für ihre Zukunft hat sie ganz andere Pläne. Da ich aus einer Lehrerfamilie komme und in meiner Familie sind das Generationen von den Lehrern. Also mein Vater war Lehrer, sein Vater war Lehrer, sein Vater war Lehrer. Würde ich mich sehr glücklich schätzen, wenn ich mein Wissen dann später an die jüngere Generation weitergeben kann. Es wird ein großer Traum von mir, dann später als Musikprofessorin zu arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017